Gungsteger Gungsteger ist unser Sportfreund Graus Binerer von Lietz in Landau und Protokollführung wird sichergestellt durch Frau Kathleen Baron und Herrn Helmut Geier So meine Damen und Herren, damit wollen wir einsteigen in Kampf Nummer 1 In der Altersklasse Schüler gewinste mit 38,5 Kilogramm Ich rufe in die rote Ecke den Athleten Arthur Abrahamian nicht Abraham, sondern Abrahamian und in die blaue Ecke den Athleten Arthur Lugido Kampfdistanz bei den Schülern, meine Damen und Herren, drei Runden, eine Minute Ich rufe in die rote Ecke, meine Damen und Herren Danke Danke Thank you Guck mal, das ist die Schühe. Wir lassen ihn noch auf den Beinen lang haben. Vielen Dank. Bei dieser Begegnung, meine Damen und Herren, handelt es sich um einen Halbfinalkampf. Der dritte Mal im Ring ist Sportfreund Heinz Günter-Reuster als Punktrichter von Leo Gern, Fritz Reuter und Berners Zulka. Ring frei, Runde 1. 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 Ring he can watch Hypjiang. Ring frei, Runde 1. Ring he canato. Ring frei, Runde 1. Ring frei, Runde 1. Ring frei. Liebe Boxsportfreunde, der junge Mann in der Rotenrecke, Arthur Abraham Jan vom TV 1860 Gunzenhausen, ist elf Jahre alt und er bestreitet heute seinen fünften Kampf. Ringfreie Runde 2 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 Sehr geehrter Herr, der junge Mann in der blauen Ecke, Arthur Nullidov vom FC 04 Schwabach, ist ebenfalls zwölf Jahre alt. Der boxt seit dem Jahr 2012 und beschreibt heute seinen Zehn. Ringfrei, Runde 3. 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 Ringfrei, Runde 3.